Kennst du auch die Geschichte, in der ein Fuchs einen Rabe austrickst und ihn um ein gehöriges Stück Käse bringt? Der Rabe fällt auf die Schmeicheleien des Fuchses hinein, denn dieser ist listig. Bei dieser Art von Geschichte handelt es sich um eine Fabel. Was das ist, das erfährst du von mir in diesem Video. Ja, moin moin, hier bei Arnold Erklärt und Respekt, dass du schon wieder lernst. In diesem Video geht es um Fabeln. Dein Arbeitsauftrag gestaltet sich wie folgt. Merke dir während des Videos möglichst viele Eigenschaften. Diese notierst du dir aber erst im Anschluss an das Video. Merkmale einer Fabel. Wie bei der Geschichte mit dem Raben und dem Fuchs handelt es sich bei Fabeln meist um kurze Erzählungen, die uns nichts verraten über Orts- und Zeitangaben. Handelt es sich dann nicht aber eigentlich um Märchen? Nein, nicht ganz. Anders als in Märchen sind in Fabeln vor allem Tiere die Hauptfiguren. Das Besondere an diesen Tieren ist, dass sie Anthropotrop sind. Das bedeutet auf gut Deutsch gesagt, dass sie sprechen können und sich wie Menschen verhalten. Typischerweise werden einzelnen Tieren bestimmte Eigenschaften zuerkannt, die sie verkörpern. Am Beispiel des Fuchs erklärt. In der Geschichte vom Raben und dem Fuchs erscheint dieser als besonders schlau und besonders listig. Da die Tiere menschliche Eigenschaften haben, kann man anhand des Konflikts der einzelnen Tiere auch eine Lehre ziehen. Diese kann im Text direkt vorliegen, ist häufig aber auch verschlüsselt. Gerade im 18. Jahrhundert wurden diese Geschichten geschrieben, um das einfache Volk zu belehren über sittliches Handeln. Kommen wir von den Merkmalen zum Aufbau einer Fabel. Fabeln weisen meist einen dreigliedrigen Aufbau auf. Zu Beginn steht ein Erzählteil und eine Ausgangssituation, in der sich zum Beispiel die beiden Tiere treffen. Wie auch beim Raben und dem Fuchs geraten diese anschließend in einen Dialog. Schlussendlich wird eine Lösung serviert. Meist ist es so, dass sich hieraus erkennen lässt, in welche Richtung es mit der Moral geht. So auch in der Geschichte mit dem Raben und dem Fuchs, in der deutlich wird, dass Eitelkeit nicht unbedingt der beste Ratgeber ist. Du hast dir jetzt hoffentlich die wesentlichen Merkmale und die Teile des Aufbaus gemerkt. Notiere alles ordentlich in dein Heft. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Bist du sieb in der Wandzeit nehmen uns Kons��� und heal e kurz fest? Es war's nicht keiner Sexnar,running uns Mỹ, in der Apostolklandbe Hochschule. Vielen Dank.